Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's Benni und heute werde ich wieder was zusammen mit euch testen. Und wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann bleibt dran. Ja, und zwar geht es um den Scotty Grill, den ich mir nach langem Überlegen doch endlich gekauft habe und den ich zusammen mit euch testen möchte. Ja, ich habe ja schon einige Outdoor-Utensilien getestet, die man zum Kochen und Garen verwenden kann. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, den Grill noch zu kaufen, um den natürlich auf diversen Touren mitzunehmen. Und halt, weil ich gerne Grille und das damit überall machen kann. Also bis gleich. Wir werden die ganze Sache jetzt zusammen auspacken und schauen, wie der Grill zusammengebaut wird. Und dann werden wir natürlich noch die eine oder andere Wurst da drauf grillen. Ja, Leute, dann werden wir das jetzt zusammen auspacken und mal schauen, was überhaupt drin ist. So, hier sind erstmal ein paar Zettel drin und die Rechnung. Bestellt habe ich den bei Living Active. Das kann ich auch nochmal verlinken unten in der Videobeschreibung. Und hier haben wir jetzt den Grill drin, den wir jetzt zusammen auspacken werden. Hier sind einmal noch tolle Aufkleber. Eine Dankeschön-Karte. Und ein Grillinstruktor, wie man die ganze Sache aufbaut. Den werde ich mir jetzt nochmal kurz durchlesen. Und dann, ja, machen wir uns auch schon an den Aufbau. Drei Stunden später. Ja, der Grill kommt hier in einer richtig coolen Tasche, wo man den super gut drinne verpacken kann. Und die man auch, soweit ich weiß, als Unterlage benutzen kann für den Grill. Wenn man jetzt so wie hier in der Natur unterwegs ist und trockenes Gras hat. Ja, jetzt zeige ich euch hier einmal die ganzen Bauteile. Und zwar haben wir hier die Außenwände, das Grillrost und hier unten so eine Auffangwanne, um den ganzen Grill zu stabilisieren. Und hier haben wir auch noch einmal den Leitungssatz drinne für den Gasanschluss und einmal den Brenner. Ja, Leute, dann werde ich mal schauen, ob ich den jetzt mit euch zusammen aufgebaut bekomme. Ich werde jetzt hier anfangen, wie in der Anleitung, als erstes dieses Hinterstück zu nehmen. Hier einmal einzuhaken. Und So, dann soll man die Bodenplatte reinstecken. Hier ist das ganze Gras zwischen, macht sie natürlich nicht so toll. So, dann die Seiten zusammenklappen und den Boden nach hinten reinschieben. So, jetzt haben wir ihn schon mal ziemlich stabil. Dann stecken wir jetzt als nächstes die Gasleitung rein. Und machen hier den Schutz für die Gasleitung rüber. So, das kommt dann hier auch noch ran. So. Ja, und das Rost raus. Ne, so kommt das Rost nicht raus. Das Rost wird auch erst einmal reingesteckt hier. Und dann verriegelt. So, fertig ist unser Grill. Ging doch ziemlich schnell. Und wie man sieht, also hier ist der Gasbrenner. Aber alles im Ganzen ist jetzt miteinander verkeilt. Und kann nicht einfach so auseinanderfallen. Was schon mal eine coole Sache ist. So, hier hat man jetzt die schöne Unterlage. So, dann schraube ich jetzt nochmal hier den Gasanschluss ran. So. Den Gasanschluss, den kann man natürlich auch, nee, nicht vorher anschrauben. Weil vorher geht es nicht. Die muss man im Nachhinein anschrauben. So. Ist ja dran. Und jetzt brauchen wir nur noch unsere Gaskartusche. Die ich im Auto habe. Und ja, wo ich hoffe, dass die passt. Weil ich das noch nicht getestet habe. Und dann können wir uns auch gleich ans Grill machen. Hier seht ihr die ganze Sache nochmal zusammengebaut. Auf der Tragetasche oder der Matte gleichzeitig. Die dazu geliefert ist. Und ja, hier ist die Gaskartusche, die ich mir dafür besorgt habe. Eine große, die gibt es auch nochmal ein bisschen kleiner. Ja, in der Hälfte von der Variante her. Aber ja, sollte passen. So, hier ist einmal der Grill. Hier sieht man auch schön, wie alles ineinander gesteckt ist. Und alles ist aus Edelstahl. Ziemlich stabil. Große Komplikationen gab es jetzt nicht beim Zusammenbau. Hier sieht man nochmal die Enden, wo man anfängt mit der Seite. Wo man alles zusammensteckt. Hier ist auch nochmal ein Kontrollloch. Da kann man auch natürlich ein Feuerzeug reinstecken. Oder ranhalten, um die Gasflamme zu entzünden. So steht es auch in der Beschreibung. Das obere Rost ist aus Edelstahl. Und ist auch ziemlich dick und stabil. Und ich denke mal, dass wir da richtig schön drauf eine Wurst grillen. Oder ein Stück Fleisch. Und natürlich für die Veganer auch ein bisschen Gemüse. So Leute. Dann werden wir uns jetzt ans Grillen machen. Und mal schauen, wie das ganze Essen da drauf wird. Oh, da habe ich ein bisschen Angst gehabt. So, Grill ist an. Wir drehen immer auf volle Power erstmal. Da der ordentlich auf Temperatur kommt. Und dann werden wir jetzt schon mal das Fleisch auspacken. Und unsere Sachen, so wie die Würstchen und die Paprika, was wir jetzt hier gleich grillen wollen. Ja, der Grill ist an. Ich habe jetzt hier soweit alles vorbereitet. Habe jetzt hier nochmal mein Brett gefunden. Dass wir da drauf vernünftig alles schneiden können. Hier drin glüht auch schon alles ordentlich. Und dann werden wir jetzt unser Essen auf den Grill packen. Ach, Mist. Runtergefallen. So. Als erstes erstmal ein Stück Rindfleisch. Und hier machen wir uns drei Bratwürste zum Test drauf. Und dann werden wir jetzt noch die Paprika hier schneiden. Ja, Leute. Soweit habe ich jetzt hier schon ein paar Sachen abgegrillt. Hat richtig gut geklappt. Hier seht ihr ja nochmal die Wurst. Und ein Stück Fleisch. Was auf jeden Fall schon mal richtig gut aussieht. Die Paprika sind auch gut geworden. Hier habe ich jetzt nochmal zwei Stücken drauf. Das war die Paprika hier nochmal. Brennt auch nicht super doll an. Man kann das richtig gut wenden und garen. Hier kann man auch nochmal drüber regulieren, dass der Gasfluss nicht zu hoch ist. Aber für Rinderfleisch oder Bratwurst und Gemüse eignet sich der Grill erstmal auf jeden Fall richtig gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was man auf den Grill noch alles so machen kann. Und welche Erfahrungen ihr damit vielleicht schon gemacht habt. Das würde mich auch mal interessieren. Um vielleicht nochmal neue Ideen auszutesten. Könnt ihr das ja gerne mal reinschreiben. Ich werde jetzt hier die ganze Sache nochmal fertig grillen. Und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. Ich habe jetzt hier soweit alles vorbereitet und aufgeschnitten. Das Fleisch ist super medium. Super geworden. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen Smoked Sea Salt. Das habe ich mir jetzt über die ganzen Sachen noch ein bisschen rüber gemacht. Hier haben wir noch von Ankerkraut ein bisschen Gewürze. Und ja, jetzt lassen wir es uns schmecken. Und dann hören wir uns gleich zum Schluss nochmal. Ja, wir sind am Ende des Videos angelangt. Mein Fazit zum Grill ist auf jeden Fall, dass er super praktisch ist. Schnell sich aufbauen lässt. Und ja, die Grillleistung auf jeden Fall überzeugt. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, was er heute geliefert hat. Und werde ihn jetzt auf jeden Fall öfters benutzen. Gerade so auf kleineren Touren oder halt wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Vielleicht auch mal den Motorrad, muss ich mal schauen. Ob man den da noch verstaut bekommt. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Für mehr tolle Videos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank.